moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen alltag in gta 5 so ja sorry mach doch gar nichts sind spiel oder im spiel darf du mich töten so oft du möchtest ja ich präsentiere euch heute wieder einen alltag in gta 5 ich werde heute wieder spannende sachen erzählen und ihr könnt gerne mitreden einfach nur zuhören und einfach nur entspannen so wie ihr das gerne möchtet ja ich wollte heute mal das thema hater ansprechen hater genau so ein virus das es gibt auf der welt hater was ist das eigentlich ich habe schon viel davon gehört ja ich habe ja selbst einmal erfahrungen gemacht der hater was ist das eigentlich für eine person wie alt ist die person woher kommt die person hat der probleme hater das sind menschen wie du und das menschen wie ich oder so weiter es sind einfach nur menschen die ein paar probleme haben wahrscheinlich weil die irgendwo ein ventil suchen um ein fertig zu machen weil die person sich gerade nicht so gut fühlt kann ich absolut verstehen das internet gibt mir eine gute wie nennt man das einen guten schutz wenn ich einen kommentar schreibt was soll schon passieren youtube vergiss es der kanal wird eh nicht gelöscht er kann kannst du machen was du möchtest ups sorry ja so sieht das auf jeden fall aus hater ja was du mal deinen wagen ich werde jetzt auf jeden fall mal ein überfall begehen ja aber wenn wir weiter jetzt reden wir reden es weiter über hater wir hören noch nicht auf es wäre es auch ein bisschen so kurz nein 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 die hater die bekommen jetzt noch von mir das fett weg so hier passiert es ihr denkt jetzt bestimmt was passiert jetzt ja hater ich habe schon hate drogen bekommen du bist scheiße oder die haben mir geschrieben ich werde jetzt jedes deiner videos disliken oder deine stimme gefällt mir nicht oder das gefällt mir nicht oder das gefällt mir nicht unglaublich hater suchen eine schwachstille wo man einen verwunden kann zum beispiel du bist scheiße oder ja weiß nicht du bist ausländer oder sowas dann wird man schon gehatet oder so weiter oder man macht mal ein video erzählt was hey nazis sind scheiße und dann kommen diese ganzen seppel 88 typen und äh 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 bunker hunter 34 oder adolf hitler king und schreiben da hey du bist scheiße und haten mich dann also ich hab da ich hab da wirklich schon erfahrungen gemacht also ganz furchtbar sowas also bis nur eins blockieren blockiert hater bitte wenn ihr einen hater habt dann müsst ihr diese leute blockieren es hilft nichts anderes diese bürstchen die wollen ja aufmerksamkeit die wollen vielleicht sogar dass man sie im video erwähnt oder was weiß ich wo aber das können die bei mir jetzt sowieso vergessen wer mich hatet ab sofort also ich werde auch nicht mehr darauf reagieren ich werde auch keinen mehr irgendwie auf youtube hochladen hier dass das ist dass ich das ist mir überhaupt nicht also das brauche ich nicht so also ich muss jetzt auf jeden fall mal hier paar leute töten hat nichts damit zu tun dass ich ein böser mensch bin es ist einfach auch mal spannend hier leute zu töten hier es macht einfach spaß jeder tut ist ich weiß noch damals ich habe let's place gemacht wo ich gegangen bin und habe tiere gejagt es war ein single player und habe natürlich da sofort eine ganz 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 krasse resonanz bekommen und das hat mich natürlich damals auch schon erschrocken wie groß die resonanz war dass ich rehe und andere tiere da getötet habe in gta online ich wurde geschrieben scheiß tierquäler oder scheiß tierquäler wie kannst du nur das tier töten unglaublich wie kann man eigentlich so ein kommentar schon verfassen was hat das ich darf doch in gta tiere töten so oft ich möchte jeder tötet doch spieler jeder überfährt jeden tag hunderte passanten das ist legal aber wenn ihr hier ein paar rehe oder ein paar wildschweine töten dann kommt sofort diese unglaubliche negative welle auf mich zu also denke ich mir manchmal echt das muss doch gar nicht sein erst mal nachdenken das ist ein spiel und nicht die realität die realität ist da draußen das hier ist unterhaltung unterhaltung pur so das ist das leben hier also nicht das leben sondern das leben spielt sich draußen ab hier das ist ein hobby und das sollte auch immer ein hobby sein ne ich sag jetzt auch nicht dass man 40 stunden an dem ding hocken soll ne und nicht mehr arbeiten sollen schule arbeit und dann kommt zocken so sieht das heute aus erst hausaufgaben machen und dann zocken kann ich euch sagen dass das werdet ihr alle noch früh genug erfahren wer gelang genug zockt der kriegt nichts ja keine arbeit so abenteuer haben wir hier genug erlebt ich denke wir machen jetzt mal einen kleinen cut und ich hoffe dieses alltag in gta 5 hat euch gefallen das auto fliegt um cool also haut rein und im nächsten video reden wir über amokläufer